Mein Name ist Wolfram Schmidt, ich bin evangelischer Pfarrer in der mitteldeutschen Bundespolizeidirektion in Pirna und begrüße euch herzlich zur Mikroandacht der evangelischen Bundespolizeiseesorge heute am 26. Juni 2022. Heute beginnt nun der G7-Gipfel auf Schloss Elmau und 1000 Polizeibedienstete sind für die Sicherheit im deutsch-österreichischen Grenzraum zuständig. In diesem, unweit von Mösern, steht die größte freistehende Glocke im Alpenraum. Sie wiegt 10 Tonnen und seit 25 Jahren läutet sie täglich für gute Nachbarschaft und Frieden im gesamten Alpenraum. Um Frieden, um Frieden wird es auch in Elmau gehen müssen und friedlich bleiben hoffentlich auch alle Proteste gegen diesen Gipfel. Frieden. Christus spricht im Johannesevangelium Kapitel 14 Vers 28. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Darum verzagt nicht und lasst euch durch nichts erschüttern. So muss es anfangen, bei jedem von uns. Euer Wolfram Schmidt